Ich hoffe, dass ihr dieses Jahr auch fleißig meine Videos geguckt habt, so welche kamen. Ja, ich sag's offen, warum eigentlich im Großteil des Jahres keine Videos kamen, weil ich kam durch arbeitmäßig nicht dazu. Und daher kam ich wirklich dieses Jahr nicht dazu, Videos zu produzieren. Ich versuche es nächstes Jahr, das verspreche ich euch hohe und heilig, das besser zu organisieren, dass auch regelmäßiger wieder Videos kommen. Das ist quasi schon mal der erste Vorsatz für 2015. Der zweite ist natürlich, mich weiter zu verbessern. Und ich freue mich natürlich, kurz gesagt, wie immer, wenn ihr meine Videos liked und feiert und natürlich konstruktive Kritik da lasst, also auch wenn ich es in meinen Videos nicht sage, weil ich es öfters mal verschwitze oder verpeile bei der Aufnahme. Aber es soll ja trotzdem nicht heißen, dass ihr trotzdem kommentieren und bewerten könnt. Das ist immer euch überlassen. Weil wenn ich das nicht sage, dann überlasse ich es euch, euch Zuschauern. Und ich freue mich, wie schon gesagt, wirklich schon auf 2015. Und da habe ich natürlich videomäßig mir auch schon einiges vorgenommen. Doch was, das sage ich euch noch nicht. Das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Soll ja schließlich eine Überraschung bleiben. Ich habe ja 2014 auch schon einiges an Videos rausgeknallt. Aber hoffen wir mal, das wird besser. Und dass ich es irgendwie organisiert kriege. Aber naja, wollen wir mal, sehen wir mal. Dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Und bis dann. Ciao. Ach ja, bevor ich es vergesse, Social Media Stuff ist in der Videobeschreibung. Tschö.